Moin Moin aus dem Schrammwerk. Moin Moin. Wir sind wieder hier, zurück in Deutschland. Wir sind für zwei Wochen hier am Schrammwerk. Hier war ja nichts mehr drin, außer ein paar Sachen, die noch nach Dubai sollten. So wie zum Beispiel Akkuschrauber, ein Heißluftfön haben wir noch gefunden. Schleifpapier und sowas habe ich mir alles wieder besorgt und Farbe kommt morgen. Und da habe ich einen Aufruf gemacht auf Instagram. Ey, ich möchte unbedingt eine Vintage-Lackierung machen. Ja, und dann schrieb mich direkt Shishi an. Total geil, mit seinem ULTS-Mobil. Was ist heute das Thema? Erstmal vorbereiten, abkleben. Wir bauen an dem Fahrzeug, typisch wie ich das immer mache bei diesen Vintage Distress Patina Lackierung. Wir bauen nichts ab. Warum mache ich das nicht? Viele sagen immer, ja du Fuscher, du musst doch was abbauen. Nee, wenn ich jetzt den Spiegel abbaue, kann ich nicht so ein Rostwasser oder irgendwas imitieren. Guck mal, hier ist so eine Roststelle. Wenn man das richtig machen will, muss man das rausschneuertes Blech einbauen. Das heißt, dieses Fahrzeug in Neuzustand zu versetzen, muss einem erstmal jemanden gefallen und dann steckst du so viel Zeit und Kohle rein, dann bist du in fünf Jahren mit dem Ding nicht fertig. Oder du steckst so viel Kohle rein, lässt das machen, das ist unbezahlbar. Und was halt geil, was viele mögen, wir auch, ist halt diese Patina Lackierung. Jetzt heben wir die noch ein bisschen hervor. Hier ist so ein bisschen was mit der komischen Farbe mal lackiert worden. Das machen wir weg. Die haben wir profilaktisch gemacht. Das gleiche hatten wir bei dem orangenen Pickup, den ich noch in Dubai lackiert habe. Da waren auch Roststellen. Die habe ich ein bisschen ausgeschliffen, nochmal grundiert und habe das quasi betont, dass da diese Roststelle ist, also mit Lack. Und dann hält das wieder ein paar Jahre. Und irgendwann muss man dann sowieso beigehen und das restaurieren. Aber warum kann man nicht jetzt schon diese Patina-Optik machen, damit wir jetzt damit Spaß haben. Und genau das machen wir jetzt. Ja, aber jetzt hat der Vorbesitzer halt diese Aufkleber drauf gehabt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Aufkleber zu entfernen. Und auch bei all diesen Möglichkeiten ist es einmal mit Verdünnung, wenn man die nachher ab hat. Viele Aufkleber hinterlassen Klebereste, gerade wenn es nicht so ein guter Lack ist, der noch ausgast, dann sind hier Klebereste drauf. Dann kann man mit Citrusreiniger dabei gehen. Verdünnung gehen auch manche bei und dann halten sie so ein Verdünnungsgetränk das Tuch dagegen. Und irgendwann löst sich dieser Lack an und dann wäre da Kraus. Hier ist das schon. Guck mal, ich bin hier mit unserem Schaber, den wir auch oftmals verwendet, so ein Plastikschaber ist das. Da hat hier eben halt... Pasierklinge. Ja. So und dann, wenn man jetzt, hier sieht man das richtig schön. Wie der Kleber abreißt. Wie der Kleber abreißt und schön auf dem Lack bleibt. Und dann braucht man den Citrusreiniger. Genau. Wenn man die Klebereste hat, braucht man den Citrusreiniger. Die sind auch Ränder, weil der Aufkleber schrumpft manchmal. Und manche Lacke können auch mit dem Citrusreiniger kaputt gehen oder stumpf werden. Das heißt, man muss polieren. Die nächste Möglichkeit ist mit dem Heißluftfön. Da kann man auch beigehen. Gerade bei Kunststoffteilen kann man auch mal... Hatten wir auch schon mal einen Praktikant gehabt. Der hat so lange auf, beim Wohnmobil war das, so lange auf eine Fläche gehalten, dass sich die geworfen hat. Hat eine Beule geworfen oder der Lack fängt an zu kokeln. Ja und die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist das runter zu radieren. Das ist so ein Radiergummi, den kann man mit einem Akkuschrauber machen. Oder auch in die Bohrmaschine, wie auch immer. Aber ich sage mal lieber Akkuschrauber. Und dann auch nicht auf Bohren gehen, sondern auch kraftvoll auf Schrauben. Das ist nicht so schnell. Weil man kann den Lack kaputt machen. So, jetzt radiere ich runter. Jetzt bleibe ich mal länger auf einer Stelle, dann wird das so heiß, dass ich den Lack wegbrenne und runterradiere. Also auch beim Radierer ist Vorsicht geboten. Dann hat man nämlich, wenn wir jetzt nicht gerade eine Party in der Lackierung machen, wo man sagt, das soll so. Aber bei so einem Neuwagen, wo eine Werbebeschriftung drauf war, muss man mit jedem Produkt, wie man beigeht, vorsichtig sein. Dann hat man auch manchmal oftmals nachlackierte Fahrzeuge. Laut Statistik ist es so, dass jedes zweite Neufahrzeug nachlackiert ist. Im Werk geht es durch, Endkontrolle. Und dann sagt man, oh, hier ist noch eine Macke. Dann geht er nochmal durch, wird angespritzt, anlackiert. Und dann ist es oftmals an den Stellen nicht richtig gut angeschliffen. Da macht man eine Werbebeschrift drüber, reißt sie nach ein, zwei Jahren ab und hat auf einmal den Lack mit auf der Folie. Ja, in dem Sinne, ich habe noch mehrere Projekte hier. Ihr beiden. Ja. Hol jetzt erstmal die Aufkleber. Hast du das Föhn gezeigt? Ne, ne? Föhn habe ich nicht gezeigt. Da bin ich gespannt, ob der hier runter geht. Weil hier ist der Lack ja schon ganz stumpf, dass diese neue Aufkleber aufgekommen. Und hier blättert nämlich schon der Klarlack so ein bisschen. Machen wir den erstmal ein bisschen warm. Genau. Hier muss man eben, kann man auch einstellen. Ich würde immer weniger Temperatur nehmen. Ja, also von eins bis, geht das hoch bis neun. Was ist das heißeste? Neun. Neun. Ja, ich mach mal, ich mach mal so vier, fünf. Genau. Lieber mit weniger Hitze rangehen, dass die Hitze durchgeht. Geht man nämlich auf volle Hitze, ist wie bei der Pizza im Backofen. Dann wird sie außen verbrannt und in den drin ist noch gar nichts. Und wenn man die ganze Zeit mit dieser Hitze draufgeht. Ja, aber auch hier ist schön der Kleber am Lack. Ja, weil Kleber ist, Kleber der Klebstoffe ist ein Lösemittel, halte ich bei Aufklebern. Das Lösemittel halte ich dadurch, hat man immer diese Artision, weil immer wieder diese Klebstoffe vergeben. Immer diesen Krisen. Ich würde mal ein bisschen mehr Hitze. Genau. Ich glaube, ich hafte das. Wenn man jetzt das Ding ruckartig abreißt, probier mal. Vielleicht reißt du sogar Carla grad hoch. Ne. Okay. Und da ist der ruckartig gerissen. Siehst du, wo er jetzt nicht heiß geföhnt ist, da hat man diesen Kebabriss. Aber der ist voller Krisen. Ja. Ja, der ist voll. Also, ich würde hier eher empfehlen, ohne Hitze zu arbeiten. Genau. Weil sonst haben wir hier komplett den Kleber. Genau. Das ist nervig. Dass du mich jetzt wegmachen mit Citrusreiniger, dauert tierisch lange. Stinkt. Ja. Also, man muss immer gucken, womit holt man es am besten runter. Hier ist nichts drauf mehr. Und die Verdünnung schmiert in den meisten Fällen. Genau, schmiert, oder? Wenn du halt die Lackoberfläche verbrannt hast, da hast du die Problematik, die Lösemittel ziehen ein und kann sein, dass es auf einmal anlöst und den Lack rausmacht. Also, muss man gucken, gehe ich mit dem Föhn bei oder gehe ich mit dem Radierer bei? Weil das jetzt runterradieren ist schwierig. Geht, aber hier seht man, ich hüpfe da nur drauf rum. Der Kleber schmiert eigentlich immer nur weiter. Also, das ist alles Kleber. Nervig. Deswegen lieber gleich mit dem Radierer herbeigehen, in dem Fall. Guck mal, hier haben wir die gleiche Lackfläche. Wenig Drehzahl. Und so hole ich den Aufkleber gleich samt Fläche runter. Ja, aber hier auch das Klebereste drauf. Also, das war wohl eine Scheißfolie, die hier drauf ist. Hier sieht man richtig, wie der Kleber sich von der Fäden zieht und von der Klebefläche abreißt. Klebstoff ist ganz... Ich habe immer früher gedacht, ey, es kann doch nicht angehen, dass die Folie so scheiß ist. Mittlerweile habe ich da so ein bisschen Verständnis für, weil Lack ist ein Kunststoff, ein Polymer. Plastik, hier die Folie. Vinyl ist auch ein Kunststoff, auch ein Polymer. Und die Schwierigkeit besteht halt darin, Klebstoff so zu machen, dass er nach zwei, drei Jahren sich überlegt, ey, ich will bei einer Folie kleben bleiben. Weil ich soll ja am Polymer kleben bleiben. In dem Fall hat er sich entschieden, nee, Folie, ich bleibe lieber auf dem Lackpolymer backen. Ja, also Folie ist echt Raketentechnik. Ja. Ja, aber das geht gut. Ja, siehst du, das ist auch hier, hier ist ganz stumpf matt. Ah, I.M., I.M., Guck mal, hier ist anders, die Tür hat auch eine andere Farbe. So, ihr holt jetzt ein bisschen den Aufkleber runter. Ja, und du? Nicht auf die andere Seite? Ja. Ich muss nämlich für das nächste Video was vorbereiten. Willst du auch so ein Schaber haben? Noch nicht. Gut. Tja, ich würde sagen, die beiden toben sich erstmal aus hier ein paar Stunden. Und ich bin da hinten am Spachteln, das zeigen wir mal nicht. Jetzt haben wir hier schon mal die Aufkleber runter. Die Seite sieht schon ganz gut aus, ne? Schön mit Zitrusreiniger. Die sieht Luft von da aus. Revien, die hast du toll gemacht. Super. Ja. Die haben wir durchgeschrubbt. Fast ordinallack. Ja, jetzt fühlt es sich echt ganz gut an, ne? Ja, fass noch mal an, so wird er lange nicht mehr bleiben. Wow. Wenn er dann nachher die Patina hat. Da darf er nix machen. Ja. So, genau. Kleberreste sind fast weg. Und was machst du jetzt? Ich würde gerne die Rostschillen ein bisschen freilegen, dass wir die noch grundieren können. Ja. Und mit einintegrieren, wenn er die Patina, oder wenn er halt lackiert, ne? Ja. Dass es ein bisschen stimmig wird. So, Vivian ist weg. Die holt mein Porsche hierher, damit er zusammengebaut werden kann. Das wird schon mal gut. Und Shishi und ich machen mit Klebe weiter. Wir hatten vorhin noch gesprochen. Da sagt Shishi zu mir, so wegen Haarkennzeichen ist immer unterschiedlich. Kriegt er ein Haarkennzeichen, so wie er jetzt ist, mit diesem komisch nachlackierten, was da ist, die Aufkleber. Ich hatte ja mein Lincoln, da war es nicht Haarkennzeichen taugend. Das heißt, eine Lackierung oder ein Zustand muss Baujahr gemäß oder altersgemäß authentisch sein. Weil ich kann diese Vintage-Lackierung immer sehr unterschiedlich detailliert und auch extrem alt aussehen lassen. Und da gibt es zum Beispiel jetzt im norddeutschen Bereich echt Probleme, ein Haarkennzeichen dafür zu kriegen. Haarkennzeichen kriegt man ab 30 Jahre. Der ist ja nun Baujahr 81. 84. Also gar kein Thema. Aber wenn wir es übertreiben mit der Lackierung, dann kriegst du ja kein Haarkennzeichen. Also das habe ich bei meinem Lincoln gemerkt. Den haben wir ja nachher schwarz lackiert, damit er ein Haarkennzeichen bekommt. Ja, deswegen so eine Patina, wie hier oben auf der Haube, die ist ja echt, so ein bisschen durchgebrannt. Das ist völlig in Ordnung. Zweifarbig und sowas alles auch. Das hier könnte schon schwierig werden. Rost haben wir jetzt auch ein bisschen beseitigt. Also wir machen jetzt eine Patina-Lackierung, die nicht zu übertrieben ist. Aber durchgehend sauber. Sehr gerne. Shishi hat jetzt gestern ein bisschen Rost weggemacht, wo wir gesagt haben, man kann das jetzt spachteln. Aber teilweise in der Stellen, das spachtelt man und nach zwei, drei Wochen kommen wieder Blasen. Das sieht kacke aus. Also machen wir es anders. Wir grundieren das gleich vernünftig. Du hast schon einmal Rostwandler draufgemacht. Genau. Das bringt auch immer schon ganz gut was. Und hier so dieses Lochfraßsiegel, sag ich mal, das hatte ich bei dem Pickup in Dubai auch. Hier sieht man schon, durch den Rostwandler wäre der so richtig schwärzlich. Also da findet eine chemische Reaktion statt. Und es ist nicht mehr rostbraun. Das funktioniert ganz gut. Aber das ist natürlich eine Stelle. Dieses ist eingetreten hier und das brauche. Ja, gut. Aber schleifen wir gleich nochmal rüber. Und dann grundieren wir das. Also das ist schon gut. Aber wo halt Lochfraß, wie bei einer Wurzelbandlung im Zahn, das tut irgendwann wieder weh. Und das ist jedem bewusst. Weil du den restaurierst, ist das wirtschaftlich einfach nicht wirtschaftlich. Das sind zu viel, zu viel. Also betonen wir das. Wir verstecken das. Wir verstecken das nicht. Wir betonen das so, dass es alt aussieht. Und selbst wenn es weiter rostet, haben wir Rostbereich darunter rum. Sieht völlig authentisch, echt aus. Und somit hat man wieder Spaß. Und das sieht einfach geil aus. Ja. Und deswegen werden wir auch rabiat vorgehen. Das mache ich ja immer so eine Technik. Wir bauen nichts ab. Weil wenn hier so ein bisschen Rostwasser runterläuft, in meiner Distress-Technik oder mit meiner Alterungsflüssigkeit, dann ist es authentisch. Deswegen bauen wir das nichts ab. Wir kleben. Auch das können wir abkleben, müssen wir aber gar nicht. Doch, das kleben wir ab. Das hat ja schon so ein bisschen Patina. Wir kleben jetzt auch die Aluleisten, haben wir uns drauf geeinigt. Alu-Chrom poliert. Die sollen wir durchschimmern nachher. Allerdings lackieren wir sie einmal schwarz über und schleifen die so ein bisschen frei, als wenn die mal schwarz lackiert worden sind und auch über die Jahre wieder frei gebrannt, frei geschliffen, frei gekratzt. Kein Ding. Das heißt, wir kleben eigentlich, wir haben nicht viel abzukleben. Auch hier drin kleben wir nur gar nichts ab. Hier kleben wir gar nichts ab. Kann man das später mal sauber machen? Nö, ist ja sowieso nicht. Also normal klebt man hier hinten drin ab, mit Kante und sowas völlig egal. Also das gibt den ganzen noch mal eine zusätzliche Patina und sieht echt aus, wenn die Türen aufmacht. Deswegen haben wir es relativ easy mit abkleben. Wir kleben jetzt nur die Scheiben auf die Gummidichtung hier ab. Spiegelglas kleben wir ab. Hier vorne ist die Frontscheibe kleben wir ab. Die Leisten blättert ihr auch schon ein bisschen ab. Das lackieren wir alles mit. Die Stoßstange haben wir gesagt vorne. Die kleben wir ab. Gerne. Die lassen wir auch chrom, oder? Ja, ein bisschen einfäden die Farbe. Einfäden auf fünf Millimeter? Ja, geil. Ja, sonst hätte ich gerne, ob es geht. Alles gut, wir kleben ab. Ja, würde ich auch sagen. Einfäden auf fünf Millimeter Chrom ist schwierig. Genau, über das Design haben wir auch ein bisschen gesprochen. Also hier kleben wir alles zu. Dass wir dieses, was kann man dazu sagen, Rosé Champagner stehen lassen als Konturlinie. Und oben wollte ich ihn dunkel machen, schwarz. Dass wir ein bisschen durchschleifen, dass die Farbe durchschleift. Und untenrum vielleicht eine Art Silberton. Dass wir untenrum so ein bisschen Silber machen. Und auch wieder durch patinieren. Aber vorher wollten wir Weiß vorweg machen. So Weißcreme, dass es aussieht wie deine Hose. Dass wir quasi so Grundierung durchschleifen. Ja, so wie das Stick da hinten an der Scheibe. So ungefähr. Genau, so machen wir das. Ja, also wir haben das Farbkonzept. So Silber, Silber, Wagenfarbe, Linie. Weil ein bisschen Wagenfarbe draußen stehen lassen ist immer cool. Wenn man die Türen aufmacht, taucht die Farbe draußen wieder auf. Dann sieht es nicht so komisch aus. War früher beim Folieren, weil wir was gemacht haben. Wir haben Autos draußen schwarz gemacht. Dann hast du die Türen aufgemacht und die rot. Weil der Kunde der innen drin nicht bezahlen wollte. Das sieht blöd aus. Aber wenn die Farbe innen und außen ist, es geht. Aber wenn es innen und außen ist, sieht es cool aus. So ist das hier, ne? Da muss man fit halten, die Markierung. Genau, wir haben gesagt, wir können im Preis ein bisschen was machen. Genau. Aber halbstündig muss ich hier einmal rückmassiert werden. Guck mal hier. Hier sieht man richtig, eine richtig eckig geschliffene Kante. Diesen Pearlton sieht man natürlich richtig scharfkantig. Hier ist sie rund. Und da sieht man, hier ist sie noch ein bisschen rund. Da ist sie total eckig. Hier ist sie wieder ein bisschen rund. Also richtig kaputt geschliffen. Mit dem Exzenter schön gegen, nicht mit der Hand. Ja. Aber wir haben ja in unserem Dreier gespannt, samt Kamerateam, richtig Hunger. Und haben uns übermütig, wie wir sind, Dosenfutter geholt. Aber da das Schrammwerk ja komplett leer ist, haben wir weder Dosenöffner, Töpfe, eine Mikrowelle konnte man aus der Ecke irgendwie hier hinten buddeln. Ja. Und ich würde sagen, das ist schon eine ganz schön lange Folge. Alles ums Thema abkleben, aufbacken, ne? Möchtest du Surviving Kick nicht? Das ist Survival, ne? Ein Glück wirst du da. In dieser geiler Flasche. Aber lebensgefährlich hat der Kameramann das hier geöffnet. Mit einer Zange und Schraubendreher. Und ich weiß nicht, wir haben noch auf Instagram ein paar Live-Hacks geguckt. Aber da hätte man ein Messer reinstechen müssen, das ist auch ziemlich gefährlich aus. Aber das ist auch wild. Nicht, weil das ist im Haus. Aber ich würde sagen, die machen wir mit Popniten, eine Zange rauf hier. Und lackieren wir mit einem. Das hier, das war damals im Schrammwerk, da gab es Ravioli. Ja, genau so eine richtige 2-V. Genau, V2. 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 Schräg hier rauf, einmal V2. Oh, cool. So, in dem Sinne würde ich sagen, wir versuchen das jetzt zu essen ohne Metall. Eisenhaltig, ne? Eisen ist eigentlich gut für den Körper. Ich hoffe, da ist nichts drin. Wir haben abgeklebt. Ja, wir haben abgeklebt und sind jetzt fertig mit dieser Folge, würde ich sagen. Folge 2 Nachmittag. Ja. In der nächsten Folge erwartet euch, denn diese Vintage-Lackierung. Also wir schleifen den jetzt teilweise ganz leicht an, teilweise auch nicht. Unbehandelt, was ein Lackierer niemals machen würde. Ich mache es aber, um diese Hochreiß-Effekte zu haben. Ja. Und da kommt auch eine geile Patina-Lackierung drauf, ne? Also, wie ihr es von mir kennt. Wir haben schon wieder eine coole Idee. Ich bringe immer wieder irgendwas Neues raus, probiere eine neue Technik aus, um genau dieses Patina-artige hier hinzubekommen. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. In dem Sinne würde ich sagen, ne? Shishi, bitte. Sag mal Tschüss. Bei der Arbeit. Tschüss, ne? Tschüss.